ach nein oh gott ich habe ein problem ich habe ein problem jungs moin willkommen ich habe das video es läuft schon die ganze zeit es läuft schon auch nö oh mein gott also wir haben hier ein gegner der liebt mich auf jeden fall ich habe auf jeden fall schon eine real life story erzählt ich habe richtig viel erzählt aber ich habe ein klitzekleines problem die aufnahme lief einfach nicht oh gott ich bin schon so lange hier dabei naja ich habe auf jeden fall erzählt erstmal willkommen zum neuen video wie geht es euch allen ich hoffe ihr hattet einen schönen tag und ihr bleibt alle gesund oh gott nervt mich das jetzt ich hab ja egal wir fangen einfach das video von vorne an ich will mir gerne von freestyler hat es auch gemacht ich spiele ein bisschen once bin online gespielt ist die erste runde also die aufnahme lief doch noch nicht so lange der gegner ist auf jeden fall ehrenmann er liebt meine controls und so und ja was soll ich sagen wir spielen jetzt einfach ein bisschen die runde ich versuche ein paar nice shots zu hüten ich habe auf jeden fall schon ein paar sachen gemacht die cool aussahen und er liebt mich er liebt mich ja genau was ich noch sagen wollte ich muss wahrscheinlich die videos vor produzieren weil das ist einfach einfacher so weil jetzt könnte ich theoretisch also ist es ich bin ja von der arbeit nach hause gekommen und nehme jetzt dieses video hier auf für euch und dann schneide ich das ganze heute noch aber ich werde es dann erst morgen hochladen weil es einfach eine bessere zeit ist weil wer will denn um 23 Uhr ein video hochladen dass das schaut dann keiner mehr deswegen werde ich vor produzieren müssen und das heißt dass heute an diesem tag an dem ich das video aufnehme am 23.06 höchstwahrscheinlich nichts kommt und das müsst ihr verkraften das müsst ihr einfach verkraften und ich hoffe ihr könnt das verkraften oh mein gott ihr verkackt oh mein gott ich hab'n gebombt ja genau ich werde vor produzieren und dann einen tag später das immer veröffentlichen das ist einfach besser dann mache ich das zu einer guten zeit jetzt haben eh die meisten ferien obwohl wir haben letztens im stream gemerkt dass es gar nicht so ist ja egal wir haben gewonnen ich bin grad warte wir sehen ja gleich was ich gerankt bin c2 liga 3 irgendwie gewinnen wir einiges das gefällt mir ich glaube jetzt werden wir verlieren einfach aus dem shit talk und sehen wir ja gleich akira season 2 tschüssi girl ihr wisst was das bedeutet wir werden die knallhart umbringen oder sie würde uns komplett zerstören oh nein oh nein oh nein oh nein ich glaube das wird hallo tu mir nichts gib mir den boost und darfst du den ball haben vielleicht müssen wir ganz lieb mit ihr umgehen so wie man mit frauen eben umgeht sehr zärtlich und vorsichtig schnell mit dem ball ein bisschen nach oben oh mein gott was ist denn mit ihr los oder ihm das kann doch sein dass er nur trollen will für free items oder so die denkt auch ich habe angst oder Junge ja ja ne der ist ja schneller jetzt mal einen krassen shot kassieren oh nö und jetzt direkt pushen bang zack der bounce richtig shit in die mitte zack boost doch nicht ach kein problem wir turnen und holen uns da den boost easy 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 komm 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 kämpf kämpf zack den nennt sich den boost aber boost ist nicht alles in dem spiel boost ist alles ich nehme alles zurück boost ist alles in dem spiel ach bam war auch nicht schlecht das hält uns aber nicht auf die bampe ja du denkst du ich mach das ne nein 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 zack zack easy schon wir zeigen jetzt erstmal unsere liebe scheiße wie geht ein herz so ha easy geklärt diggerls oh fuck ahja ok instant korb kassiert aber so leicht lassen wir uns nicht unterkriegen was hat's jetzt davon oder er ich stoff alles das ist ein typ ich krieg die ganze Zeit von dem typen als wär's ne sie das ist einfach so ein 30 jähriger der kommt heute nacht mich holen das wird krank ihr könnt euch das gar nicht vorstellen wie ich leiden muss ich will nicht so leiden oh mein gott die hat sich aber mit falschen angelegt oh Gott ich frage jetzt ob die deutsch kann oder der ja die denkt ja wirklich ich stehe jetzt richtig ägypt 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 was du da warte mal oh mein gott ronaldo also den plan dürfen wir nie vergessen ich muss vor produzieren außer ich bin ziemlich schnell mit dem cut das seh ich ja dann mal heute wie lange ich ungefähr war auf für so ein video wie viel effekte ich da reinfüge und wie lange ich brauch das alles aufzunehmen bäm easy also die hat auch 2000er ping da hätte ich auch probleme mit dem spielen oh oh mein gott die wurde gerade die ehre genommen kein problem war alles geplant real talk sogar oh mein gott hot ich mach es echt nur schlimmer oh du wirst nicht so bumpen ne das habe ich schon fast geahnt gut stark stark komm doch du bist ronaldo easy zack ha selber schuld bäm zack 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 genau er hat mein herz gebrochen so kann ich nicht weiter leben so kann ich nicht weiter fake oh mein gott aber irgendwie spiel ich so viel besser wands ich will nämlich bumpen wow ich spiel dich so sehr dass ich gewinne alter was machst denn du jetzt komm doch her jetzt komm doch zack zack coole moves zack zack schnell 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 bisschen ball mitnehmen zack boost umdrehen turnen gebammt werden fennec und goal und verloren oh ne ich hab Glück gehabt oh ne das tut mir das nicht an tu mir neiii pelier auf in die nächste runde seien einfach wow einfach das schöne Dings da Profilbild von wow wow was sind das für bounces bruder geh halt so weil der wird jetzt so power auf den ball oh mein gott der hat verkackt aber das bringt gar nichts der bringt so power auf den ball liga runter deswegen mies 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 ich hab keine Lust mehr ich will nicht mehr ich bin fertig mit once nie wieder ich bin nie wieder once ich hab nur minus gemacht haha ich hab nur minus gemacht oh mein gott ja gut ich hoffe trotzdem dass das Video euch gefallen hat ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag wie gesagt wahrscheinlich dann morgen morgen wieder was oder halt ihr seht das vielleicht auch erst morgen weil ich halt vor produzieren muss und ja dann wünsche ich euch viel Spaß und hoffentlich also ich belief dass Deutschland gewinnt dann vielen dank fürs zu sehen falls ihr noch nicht abonniert habt lasst gerne ein abo da schreibt gerne vorschläge in die kommentare und dann bis zum nächsten mal ciao ciao